hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge LS19 PS4 auf der Felsbrunnen heute am Freitag, Wochenende steht wieder vor der Tür und kann man richtig was schaffen wir düngen erstmal noch schnell fertig, also wir lassen den Helfer fahren wir haben ja eigentlich genug selber zu tun noch hier wir hatten ja gestern noch die Fehlermeldung, also nicht die Fehlermeldung, die Meldung bekommen dass der Trescherfall wäre, jetzt hat er natürlich schon gewendet, machen wir doch mal zu langsam ja, es ist die Frage, wo der Haferpreis hinsteigt an den Hafen und an der Getreidemühle der Helfer B ist, dann wird er in den Dünger streuern, ja die Zwiebelbahn fertig ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ballen muss aber mit. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Viel zu nah ran gefahren hier Und hier fehlen noch 5 Quadratmeter So, wir machen den nochmal voll Und hier fehlen noch 5 Quadratmeter 6.000 kostet der Mord 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 Das war's für heute. Ja, preistechnisch direkt noch Hafen Süd, werden wir mal zu uns ins Lager schaffen als Reserve. Das war's für heute. Eins wollte ich noch mal gucken, wie viel Strom wir noch haben. Das ist mir noch los, was wir hier in den Scheunen reinkippen. Gott, eine Fuhrer könnte man rein machen. Ja, da werden wir mal die Quaterbahn verkaufen. Ich갈 Steam。 Stо Verlix Ja, da werden wir mal weg glassesch. Untertitelung des ZDF, 2020 5500 5500 5500 6500 6500 6500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 8500 8500 9500 7500 8500 9000 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt haben wir die zweite Ladung beladen Werden wir aber nur noch unseren Düngerstreuer umsetzen So, mit dem werden wir morgen starten In der ersten Folge morgen am Samstag Denn morgen ist Samstag, gibt es wieder zwei Folgen Also morgen um früh um 10 geht es weiter Vielen Dank fürs Einschalten Bis dahin und Tschüss